Unmittelbar gegenüber vom Feuerwehrgerätehaus in Rickenbach hat es gebrannt. Und zwar am heutigen Donnerstag, den 6. Mai 2021, gegen 11 Uhr, wie die Polizei mitteilt, wurde der Brand gemeldet. Entstanden sind 8.000 bis 10.000 Euro Schaden und gesucht werden Zeugen. Seugen, die etwas bemerkt haben, gegen 11 Uhr hier an der Durchgangsstraße von Rickenbach und vor allem der Entdecker des Brandes, der sollte sich auch bitte beim Polizeiposte Görwil melden. Der Entdecker des Brandes, ganz wichtig, die Kontaktdaten sind in der Videobeschreibung drin. Und es gibt auf dem Großen Kanal auch noch einen ausführlicheren Beitrag. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Liken heißt wie immer Danke für die Berichterstattung. Und alles Gute, bis dann und Tschüss.